Herzlich Willkommen zu meinem Vortrag PageSpeed Extreme. Mein Name ist Kai Spriesersbach. Ich bin seit über 16 Jahren im Online-Marketing tätig. Angefangen habe ich 2001 im Webdesign, bin dann relativ schnell in die Webentwicklung gerutscht und seit 2008 habe ich mich auf den Bereich SEO fokussiert und seit acht Jahren bin ich nun auch selbstständig unterwegs. Ich bin wirklich ein SEO aus Leidenschaft und daher beschäftige ich mich immer mit den neuesten Entwicklungen, sei es Thema Künstliche Intelligenz oder Bird und aktuell eben ganz heiß das Thema Ladezeitenoptimierung. Denn Google hat verkündet, dass es im nächsten Jahr 2021 ein neues Update kommen wird, sogenanntes Page Experience als Ranking-Faktor eben einführt. Und wenn man sich diesen Faktor mal ein bisschen genauer anschaut, was Google dazu eben veröffentlicht hat, dann sehen wir hier ein paar alte Bekannte. Zum einen das Thema Mobile-Friendly ist ganz klar. Jede Webseite sollte definitiv mittlerweile auf mobilen Endgeräten funktionieren. In der Regel ist auch schon das Thema Mobile-First-Indexing aktiv. Das heißt, diese mobile Version ist auch die, die tatsächlich für das Ranking verantwortlich ist. Ja, die Safe-Browsing-Initiative von Google gibt es auch schon sehr lange. Da geht es darum eben, dass Phishing-Seiten geblockt werden oder auch gehackte Seiten einfach nicht mehr ranken. Das HTTPS als Ranking-Faktor genannt wird, sollte nun wirklich keinen mehr überraschen. Google setzt sich ja schon seit Jahren dafür ein, dass immer mehr Websites mit SSL verschlüsselt werden. Ja, und das Thema nervige Pop-Ups, Overlays und so weiter mag Google natürlich auch nicht so gerne. Ja, es sei denn, die kommen natürlich aus Google AdSense. Aber neu dazugekommen ist eben dieser Block hier oben, die Core Web Vitals. Genau, und wer noch mehr über die Web Vitals und auch generell über das Thema PageSpeed lernen möchte, dem kann ich mein neues Online-Seminar ans Herz legen. Dafür könnt ihr euch jetzt schon eintragen und das wird noch in diesem Jahr starten. Genau, also ihr wollt natürlich alle eure Ladezeiten und entsprechend die Web Vitals auch verbessern. Der Vortrag heißt ja PageSpeed Extreme. Also ich werde jetzt nicht auf die Basics eingehen. Wir haben nur 30 Minuten, aber ich will sie auch nicht komplett unerwähnt lassen. Das heißt, wir schauen uns hier kurz an. Was sind wirklich die absoluten Basics? Die solltet ihr in jedem Falle machen und da führt wirklich keinen Weg mehr dran vorbei. Thema 1, HTTP 2. Bringt einfach eine ganze Menge. Könnt ihr euch anschauen. Das Thema heißt Multiplexing, also ihr könnt parallel mehrfache Daten übertragen, was vorher einfach nicht möglich war. Spart man sich auch dieses ganze Zusammenfassen von CSS und JavaScript-Dateien. Dann das Thema Cache Control, also das lokale Caching im Browser des Nutzers korrekt konfigurieren, dass einfach nicht bei jedem Besuch der Seite wieder alles neu heruntergeladen wird. Über die E-Tags kann dann der Browser sehen, ob sich eben eine Webseite überhaupt verändert hat und muss sie vielleicht gar nicht neu herunterladen. Das Thema Kompression ist natürlich ganz wichtig. Also alles, was Text ist, HTML, CSS, JavaScript und so weiter, lässt sich hervorragend mit Gzip komprimieren, besser noch mit Brodli. Bilder ist natürlich auch ganz wichtig. Hier Responsive Images, also nur für die Größe, die gerade dargestellt wird, auch die tatsächliche Bilddatei zur Verfügung stellen. Immer nur so groß, wie tatsächlich das Bild auch nativ eingebettet ist. Die Bilddatei eben berechnen oder eben entsprechend reduzieren und nicht einfach ein 12 Megapixel aus der Digicam hochladen. Ganz wichtig natürlich das Thema Lazy Loading, also dass Bilder, die noch nicht im sichtbaren Bereich sind, einfach noch nicht angefangen werden zu laden. Und natürlich die richtige Kompression, also eben JPEG, PNG kennt man. Mittlerweile kann man auch sehr gut WebP nutzen, was noch ein bisschen kleiner ist und demnächst kommt auch AVIV. Das ist sozusagen das Bildformat des neuen AV1-Videoformats. Aber wir schauen uns jetzt ein paar speziellere Kniffe an und zwar geht es darum, was wir nicht so einfach mit einem Plugin lösen können oder mit ein paar Häkchen setzen. Das allererste ist die Verbesserung der sogenannten Time-to-First-Byte. Die Abkürzung dafür TTFB habt ihr vielleicht schon mal in einem der PageSpeed-Tools gesehen. Das ist die Zeit, die vergeht, bevor das erste Byte der Webseite bei eurem Browser ankommt. Und die TTFB ist gerade so wichtig, weil ihr habt vielleicht schon mal so ein Wasserfalldiagramm gesehen und da fällt einfach auf, wenn es sehr, sehr lange dauert, bis überhaupt mal das HTML anfängt zu laden, dann wartet natürlich die gesamte Webseite. Dann kann noch kein Bild geladen werden, noch kein JavaScript und so weiter. Und wenn wir die Time-to-First-Byte sozusagen verkürzen können, dann wird einfach die gesamte Webseite deutlich schneller geladen. Das ist also das, was wir uns als erstes anschauen sollten. Schauen wir erstmal zum Verständnis, was passiert denn überhaupt, bevor das erste Byte eben beim Browser ankommt. Egal welchen Browser ihr nutzt, bevor der die Webseite aufrufen kann, muss er erstmal den eingegebenen Domain-Namen in eine IP-Adresse auflösen. Das passiert über den sogenannten DNS-Service. Hierfür kann man auf jeden Fall schon mal 50 Millisekunden einrechnen. Danach muss eine Verbindung vom Client, also eurem Browser, zum Server aufgebaut werden. Das sind nochmal ungefähr 50 Millisekunden. Und wenn ihr SSL einsetzt, was ich in jedem Fall empfehlen würde, muss noch der sogenannte TLS-Handshake erfolgen. Damit wird die aufgebaute Verbindung dann eben verschlüsselt. Erst jetzt kann über die aufgebaute Verbindung der Request an den Server geschickt werden, sozusagen, welche Webseite will ich denn überhaupt haben. Das heißt, wir warten hier immer noch auf das erste Byte. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es sich um eine dynamische Webseite handelt, also beispielsweise ihr habt ein WordPress installiert, das läuft ja mit PHP. Das heißt, der Webserver wird den Request, den er bekommt, erstmal weitergeben über seine CGI-Schnittstelle an das PHP-Modul. Ja, und das PHP-Modul muss dann auf der Festplatte nachgucken, wo liegt denn die Index-PHP, gib mir die mal, liest die ein, führt den PHP-Code aus, findet dann darin Datenbankabfragen, muss eben noch Inhalte aus der Datenbank laden, muss dann das HTML mit seinem Template rendern und kann erst dann sozusagen das fertig gebaute HTML übergeben an den Webserver. Und der kann dann in diesem Moment erst den Response, den HTTP-Response an den User oder an den Browser schicken, eben in dem Falle hier mit dem 200-OK und dem Inhalt des HTMLs. Ja, und jetzt kommt wirklich tatsächlich das erste Byte erst an. Also da passiert eine ganze Menge vorher und jetzt ist die Frage, wie können wir denn das beschleunigen? Also das erste, was wir machen sollten, wäre einen sogenannten Full-Page-Cache aktivieren. Das kann man beispielsweise mit Nginx direkt machen oder man setzt vor seinen eigentlichen Webserver nochmal eine Reverse-Proxy, das geht auch mit Nginx oder auch mit einem Cache wie Varnish und dann wird sozusagen die gesamte Webseite vorgerendert schon im RAM gehalten und in dem Moment, wo der neue Nutzer kommt, wird einfach sofort das fertig gerenderte HTML ausgeliefert. Man kann dann natürlich, wenn man jetzt einen Warenkorb hat oder irgendwelche dynamischen Elemente, Cookie- und fadbasierte Ausnahmen definieren. Es ist natürlich ganz wichtig, dass nicht alles immer statisch gecached wird. Das ist natürlich ganz wichtig, wenn man beispielsweise einen Online-Shop hat, sonst kann man ja auch keine Produkte in den Warenkorb legen, dann wäre ja der Warenkorb sozusagen für alle immer gleich. Aber für alle Besucher, die eben noch nichts in den Warenkorb gelegt haben, können erstmal sehr, sehr schnell eben statische Seiten ausgeliefert werden. Genau, und PHP, die Festplatte und auch die Datenbank, die werden massiv entlastet, die werden für diesen Schritt tatsächlich gar nicht benötigt. Die zweite Form der Optimierung ist dann der sogenannte Opcode oder auch ein Object in Memory Cache und natürlich das Thema NVMEs. Das heißt, ihr würdet die Festplatte hier ersetzen durch eine schnelle SSD. Momentan sozusagen die schnellsten ist das sogenannte NVME und da habt ihr einfach keine drehenden Platten mehr, keine tatsächlichen Zugriffe über irgendwelche Köpfe, die über irgendwelche Platten rauschen, sondern tatsächlich sehr schnell digitaler Speicher, der super, super kurze Zugriffszeiten ermöglicht. Dann kann PHP eben bereits vor prozessierten Code zwischenspeichern, dass dann auch dynamische Seitenaufrufe, wie beispielsweise eben, wenn ich ein Produkt in den Warenkorb hinzufüge, muss er nicht wieder den kompletten PHP-Code parsen und exekutieren, sondern kann sich sozusagen vom letzten Warenkorb, von der letzten Aktion schon mal merken, quasi was er da zu tun hat, wird dann auch eben schneller oder auch ganze Objekte oder Fragmente oder Datenbankanfragen können da persistent eben im Rahmen gespeichert werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Top-Seller abrufe, die der Nutzer vor mir ja auch schon mal gesehen hat, dann muss da auch die Datenbank nicht nochmal neu abgefragt werden, weil diese Abfrage so schon eben im Rahmen vorliegt. Ja, diese Art der Optimierung beschleunigt dann eben auch selbst dynamische Websites. Mein dritter Tipp, um das Thema TTFB abzurunden, ist auf jeden Fall die Verwendung von einem CDN. Das heißt, man sucht sich einen wirklich guten, starken und schnellen Infrastrukturanbieter. Das Schöne daran ist, dass meine Inhalte quasi dann schon beim Infrastrukturanbieter auf deren lokalen Server, die haben dann auch in verschiedenen Ländern verschiedene Server, sind dadurch auch immer sehr nah an den potenziellen Benutzer, gerade für internationale Webseiten sehr interessant. Kommt ein Nutzer aus Brasilien zum Beispiel, wird die Seite direkt aus dem Cloudflare-Cache in Brasilien quasi ausgeliefert und muss nicht erst über den ganzen Teich geschickt werden. Und das Schöne ist, wenn man an Premium-CDN wie zum Beispiel Cloudflare nutzt, das machen aber auch andere, dann können die Website-Daten tatsächlich sogar on the fly noch optimiert werden. Das heißt, wenn ich ein zu großes Bild hochgeladen hat, hat Cloudflare-Technologie und reduziert es dann eben in der Größe, damit tatsächlich der Nutzer nicht unnötige Bytes runterladen muss. Ja, jetzt haben wir die Basics angewendet, damit die Daten, die übertragen werden müssen, eben möglichst klein sind. Haben uns jetzt das Thema Time-to-first-byte angeschaut, damit die Seite möglichst schnell antwortet. Und jetzt als nächstes müssen wir uns das Thema Rendering anschauen. Denn wir müssen sozusagen das Rendering sichtbar machen. Wenn ein Besucher auf eure Webseite kommt und es passiert einfach sehr lange gar nichts, das heißt, er hat einfach einen weißen Bildschirm, es vergehen ein, zwei Sekunden und auf einmal plopp ist die ganze Webseite da, dann ist es ein ziemlich unbefriedigendes Gefühl, weil man irgendwie die ganze Zeit die Unsicherheit hat, passiert überhaupt noch was. Wenn hingegen sozusagen die Seite sich Stück für Stück aufbaut, das ist schon mal ein Logo da, die Navi fängt schon mal an eingeblendet zu werden, es entstehen eben die Elemente, das nennt man ein sogenanntes progressives Rendering, wo man eben den Fortschritt beobachten kann, dann wird der Kunde in der Regel deutlich geduldiger und wartet auch lieber, weil er das Gefühl eben hat, es passiert was. Generell für das Thema Usability ist es sehr wichtig, den Nutzer jederzeit über den Zustand zu informieren, damit er eben sehen kann, ob die Seite überhaupt noch lädt oder vielleicht stehen geblieben ist oder nicht erreichbar ist. Und um das Rendering eben zu verbessern, müssen wir uns den sogenannten kritischen Rendering-Pfad anschauen. Das ist sozusagen der Baum oder der Weg, den der Browser gehen muss, von eben der, vom Abruf des ursprünglichen HTMLs. Darin finden sich ja dann gewisse Ressourcen, die angefordert werden. Das können CSS-Dateien sein, Bilddateien, JavaScript-Videos und so weiter. Und die werden in einer gewissen Reihenfolge und in einer gewissen Abhängigkeit geladen. Das heißt, es kann passieren, dass irgendein CSS ein weiteres CSS lädt. Dann ist es natürlich klar, dass dieses zweite CSS erst geladen werden kann, wenn das erste vollständig geladen und auch ausgewertet wurde. Vorher weiß der Browser sozusagen ja gar nicht, dass er das weitere CSS auch noch braucht. Genauso ist es mit JavaScript. JavaScript-Code kann wiederum andere JavaScript-Codes oder auch andere Bilder oder andere Style-Sheets laden und dann hängen diese sozusagen von dem JavaScript ab. Wenn man hier mal eintauchen möchte in die Tiefe, sollte man sich unbedingt mal das Performance-Tab in den Chrome-Developer-Tools anschauen. Schauen wir uns nun mal an, was den Ladevorgang überhaupt aufhalten, also blockieren kann, sagt man da. Das Wichtigste ist eben erstmal CSS, weil standardmäßig wird CSS als Ressource behandelt, die das Rendering blockiert. Das heißt, in dem Moment, wo in einem HTML-Dokument irgendwo ein Style-Sheet angegeben wird, hält der Browser an, verarbeitet das HTML erstmal nicht weiter, sondern lädt dann erstmal das CSS runter, wendet das CSS an und dann geht es sozusagen weiter und es wird erstmal nicht etwas dargestellt, bevor nicht das CSS alles vorliegt. Das Schöne ist aber, es gibt ein paar Methoden, Style-Sheets eben non-blocking einzubinden. Zum einen kann man Inline-CSS einfach im Head verwenden, das sieht dann so aus. Dann sind hier im HTML quasi schon die Styles vorhanden oder wir können auch das sogenannte Media-Attribut nutzen. Das kennt man vielleicht von dem Thema Print-Style-Sheets, also ein eigenes CSS, wenn man die Seite ausdrucken will. Die können eben auch non-blocking geladen werden, das heißt, die werden zwar auf jeden Fall runtergeladen, aber verlangsamen den Aufbau der Seite quasi nicht. Absolute Best Practice ist mittlerweile das sogenannte Critical CSS. Das ist wirklich eine sehr schöne Möglichkeit, die wahrgenommene Ladezeit massiv zu beschleunigen. Insbesondere, wenn ihr die Web-Vitals optimieren wollt, kommt ihr eigentlich um dieses Thema nicht herum. Critical CSS ist nichts anderes als alle Styles, die eben benötigt werden, um im oberen Bereich Above the Fold, also das, was der Nutzer sieht, wenn er das erste Mal auf die Website kommt, eben benötigt wird, um alle Elemente anzuzeigen. Genau diese CSS-Regeln nimmt man dann, komprimiert sie und packt sie direkt in den Head-Bereich des HTMLs. Damit liegen dann beim Herunterladen vom HTML direkt genau die Informationen vor, die der Browser braucht, um eben den ersten Bereich ganz oben anzuzeigen. Und dadurch wird die wahrgenommene Ladezeit wirklich deutlich beschleunigt, weil man sofort schon was sieht und sofort schon alle Elemente am richtigen Platz sind, in der richtigen Größe und das Layout auch nicht mehr wackelt oder sich verschiebt beim Laden. Also in Zukunft, wann immer ihr eine neue Webseite baut, sollte das Thema auf jeden Fall mitbedacht werden, weil im Nachhinein ist es immer sehr, sehr schwierig, aus diesen tausenden von Style-Regeln genau die rauszusuchen, die eben gebraucht werden, um den oberen Bereich darzustellen. Damit man es ein bisschen einfacher hat, gibt es auch dafür Tools. Eins, das ich selber sehr gerne benutze, ist criticalcss.com. Damit kann man quasi für jede URL einfach das kritische CSS generieren lassen und dann herunterladen. Das Problem ist so ein bisschen, dass man für jede einzelne Unterseite im Prinzip ein anderes CSS braucht und sobald man auch in den Content-Editor geht und ein neues Element hinzufügt, was vorher nicht im oberen Bereich war, dann fehlen in der Regel dafür auch die Style-Regeln. Das heißt, es muss auch regelmäßig aktualisiert werden. Und genau dafür hat criticalcss.com eben eine API, hat auch ein eigenes Plugin, beispielsweise für WordPress, wo dann im Hintergrund automatisch für jede Seite immer das kritische CSS aktualisiert wird und heruntergeladen wird. Der nächste Punkt, der ganz massiv das Rendering verbessert, ist die Reduktion sogenannter Third-Party-Tags. Hier sehen wir mal ein Beispiel von flipflop.com. Auf der linken Seite die optimierte Version und auf der rechten Seite die reguläre Version. Und man sieht einfach, dass die Webseite deutlich schneller benutzbar ist und der Kunde sieht, um was es sich handelt. Und flipflop.com konnte beispielsweise dadurch die Conversion-Rate um 25% steigern. Es ist also nicht nur ein SEO-Thema. Generell würde ich empfehlen, alles erstmal rauszuwerfen, was man überhaupt nicht nutzt. Da werden häufig irgendwelche Tracking-Skripte oder Pixel geladen. Und wenn ich das Tool sowieso nicht nutze, kann ich auf jeden Fall auch den Tag rausnehmen. Die Tracker und Skripte, die ihr verwendet, könnt ihr dann aber, nachdem die Seite für den Nutzer schon benutzbar ist, laden. Und zwar geht es über sogenanntes asynchrones Laden oder eben aufgeschobenes Laden. Auf Englisch Async und Deferred. Das heißt, das sind drei Varianten, wie man ein JavaScript beispielsweise einbinden kann. Die oberste ist die reguläre, die mittlere ist die asynchrone und die dritte unten eben die aufgeschobene. Und was das bedeutet ist, im Endeffekt, hier sieht man, erst wird das HTML geparst. An der Stelle, wo eben ein JavaScript angefordert wird, wird das Parsing des HTMLs pausiert oder ausgesetzt. Dann wird das JavaScript runtergeladen, dann wird das JavaScript ausgeführt und erst, wenn das fertig ausgeführt wurde, wird überhaupt mit dem HTML parsen weitergemacht. Wenn man jetzt schon mal das Async hinzufügt, das bedeutet, dass dann der Download parallel zum HTML parsing stattfindet. Also es wird quasi die HTML-Datei weiterhin geparst, während aber schon das JavaScript heruntergeladen wird. Und nur für das Ausführen des JavaScripts wird dann das HTML parsing gepausiert. Und die beste Version ist sozusagen die aufgeschobene. Da wird eben der HTML parsing Prozess überhaupt nicht mehr unterbrochen. Und wenn alles da ist, also es wird parallel das JavaScript schon heruntergeladen und im Moment, wo das HTML fertig geparst ist, dann wird eben erst das JavaScript ausgeführt. Google Analytics beispielsweise wird in der Standard-Implementierung schon genau so eingefügt. Und wir sehen natürlich auch, was das bringt. Also alleine die Async-Implementierung bringt hier eine deutliche Verbesserung. Und mit Defer sozusagen verschieben wir das Ausführen des JavaScripts schon in dem Bereich, den der Nutzer schon gar nicht mehr als Ladezeit wahrnimmt. Theoretisch also mega geil, aber natürlich hat die Sache auch einen Haken. Ja, der Haken heißt in dem Fall jQuery. Das ist eine Library für JavaScript, die hatte man früher mal gebraucht, um vernünftig mit JavaScript programmieren zu können, wenn man nicht darauf achten möchte, in welchem Browser man gerade ist und welche Funktion wie heißt. Und ja, da gab es ja mal sozusagen große Abweichungen. Das ist Gott sei Dank mittlerweile nicht mehr der Fall. Aber wenn wir uns mal Statistiken anschauen, hier habe ich mal von W3-Tags oder auch mit Build-Wiz mitgebracht, ja, dann sehen wir halt, dass wirklich 80% aller Webseiten in der einen oder anderen Form an jQuery verwendet. Und das Problem ist, wie die Library aufgebaut ist, findet man in jedem Anfänger-Tutorial eben hier diesen Skriptblock. Der sagt eben on document ready und dann soll man seinen jQuery-Code einfügen. Das heißt, erst wenn das Dokument vollständig geladen ist, wird hier dieser Code ausgeführt. Das Problem ist jetzt allerdings, wenn ich meinen jQuery-Code nach hinten geschoben habe mit defer, dann kann es passieren, dass das eben ausgeführt wird, bevor mein jQuery-Core tatsächlich geladen oder ausgeführt wurde. Weil der ist in der Regel sehr, sehr groß. Der ist im nicht komprimierten Zustand über 200 KB. Das ist schon sehr, sehr viel, wenn man sich reinen Code-Quelltext anguckt. Dementsprechend lange dauert es auch, diesen JavaScript-Code auszuführen. Ja, und dann funktioniert natürlich dieser Code-Block nicht, weil der verlässt sich ja darauf, dass eben die Bibliotheken von jQuery und die Funktionen schon funktionieren und da sind. Also meine Empfehlung ganz klar, werft jQuery, wo immer es geht, raus. Also ich habe jetzt ein paar mal schon den Unterschied angesprochen zwischen der wahrgenommenen Ladezeiten und der tatsächlichen Ladezeit. Weil wenn die Seite schon benutzbar ist, dann kann es mir als Nutzer im Prinzip egal sein, ob noch irgendein Tracking-Skript im Hintergrund lädt. Und das kann man sich zunutze machen, wenn man zum Beispiel Skeleton-Screens verwendet. Dabei sieht der Nutzer schon mal einen groben Aufbau und was ihn zukünftig erwartet. Das ist super eben auch für den CLS-Wert und auch die Conversion-Rate. Und hier reicht auch wirklich eine ganz abstrakte Darstellung. Hier sehen wir ein schönes Beispiel für so eine ganz normale Kachel, wo man dann eben unten die Anzahl der Views oder Kommentare hat, eine Überschrift, einen User. Da wird man quasi über CSS einfach nur eine Box machen mit ein paar Feldern sozusagen als Platzhalter. Und hier hat der Nutzer aber schon das Gefühl, es passiert was und es dauert nicht mehr lange, bis es weitergeht. Das ist im Web-App-Bereich schon totaler Standard. Also wenn man sich hier mal Slack anschaut, die machen das genau so. In der linken Spalte sieht man dann eben schon mal so ein paar Flächen. Das Kreisrädchen ist sozusagen als Ladeindikator noch dafür zuständig, dass man auch sieht, dass sich was passiert. Und da hat man wirklich das Gefühl, es passiert was und es geht unmittelbar los. Und dann wird man auch viel geduldiger. Ja, der nächste spannende Bereich, den wir uns anschauen, ist das Thema Web-Fonts. Individuelle Schriften im Web einzusetzen, ist ja mittlerweile zum Standard geworden. Als ich angefangen habe, Webseiten zu bauen, da konnte man ja aus einer Handvoll Web-sicherer-Fonts auswählen. Die mussten nämlich auf den Computern vorinstalliert werden. Mittlerweile ist es natürlich kein Problem mehr. Google hat zum Beispiel hier die Chance sehr früh erkannt und hat kostenlose Bibliotheken von Web-Fonts zur Verfügung gestellt. Das machen sie natürlich ohne Hintergedanken oder die Daten der Nutzer abzuschnorcheln. Ja, jedenfalls könnten wir hier in dem Beispiel einfach sagen, ich möchte die Schrift auf Roboto verwenden. Dann habe ich die Möglichkeit, hier das Style-Sheet direkt von Google-Fonts einzubinden. Das ist natürlich die einfachste Version, aber in Sachen Datenschutz nicht so schlau. Und noch viel schlimmer, es macht die Seite deutlich langsamer. Das Problem hier ist eben, dass hier sehr viel passieren muss zwischen dem Zeitpunkt, in dem das HTML zwar geladen ist, aber der Text erst angezeigt werden kann. Denn auch die Domain fonts.google-apis.com muss zuerst über DNS aufgelöst werden. Dann muss eine Verbindung aufgebaut werden und ein SSL-Handshake initiiert werden. Dann kann erst die CSS-Datei heruntergeladen und ausgewertet werden. Und wenn dann auch noch der Font von einer anderen Domain geladen wird, in dem Fall ist es fonts.gstatic.com, dann muss dafür wieder ein DNS-Request erfolgen. Dann muss dazu eine neue Verbindung aufgebaut werden und auch hier wieder der SSL-Handshake erfolgen. Erst jetzt kann der Browser den Web-Font runterladen und dann auch rendern. Viel schöner ist es natürlich, wenn wir das CSS komplett lokal ablegen. Das heißt, auf unserem Server speichern und auch hier den Web-Font tatsächlich hinterlegen. Den kann man einfach runterladen bei Google Fonts und auf dem eigenen Web-Server hochladen. Dann spart man sich hier diese zwei DNS-Requests und den Verbindungsaufbau. Aber es gibt auch da noch Möglichkeiten, weiter zu optimieren. Als erstes sollten wir Font-Display unbedingt auf Swap setzen. Das heißt, im Default-Status würde der Browser normalerweise drei Sekunden warten, bis der Font heruntergeladen ist und dann erst den Font anzeigen. Wenn ihr Font-Display auf Swap setzt, wird der Text sofort schon mal angezeigt in irgendeiner Default-Schriftart. Das ist in der Regel Times New. Und in dem Moment, wo der Font dann eben heruntergeladen wird, wird der Text einfach ausgetauscht, also aktualisiert. Und dadurch wartet sozusagen der Browser nicht auf die Font-Dateien, um überhaupt mal die Überschriften anzuzeigen. Dann können wir mit dem sogenannten Unicode-Range Bereiche angeben, also Buchstabenbereiche im Schriftsatz, für die diese Font überhaupt geladen werden. Das heißt, wenn auf der Seite überhaupt keine Überschrift angezeigt wird, muss auch die Schrift nicht heruntergeladen werden. Das können wir uns außerdem zunutze machen beim sogenannten Smart-Font-Reducing. Dabei wollen wir den Font an sich kleiner machen. Dafür gibt es beispielsweise das Tool transfonta.org. Damit kann man alle nicht benötigten Glyphen aus der Font-Datei werfen. Der sogenannte Unicode-Schriftsatz ist ja mittlerweile weltweit ein Standard. Also man kann damit japanische Schriftzeichen, chinesische Schriftzeichen, maorische Schriftzeichen, aber auch unsere ganz normalen lateinischen Buchstaben mit einem Font sozusagen abdecken. Aber die meisten Websites werden es ja gar nicht brauchen. Die meisten von uns schreiben deutsche Texte, haben vielleicht noch Englisch auf der Website. Ja, und diese nicht benötigten Zeichen kann man eben sich einfach sparen und einfach auf die tatsächlich notwendigen Zeichen zu reduzieren. Wir brauchen in der Regel auch nicht alle Schnitte von einer Schriftfamilie. Wenn ihr beispielsweise hier Roboto anschaut, dann habt ihr natürlich von Thin über Light, Regular, Medium, Bold und Black extra verschiedene Schriftdicken. Auf einer normalen Webseite wird in der Regel nur Regular und Bold und Italic verwendet. Also die anderen können wir uns schon mal sparen. Und wenn ihr ganz mutig seid, dann könnt ihr tatsächlich sogar Bold und Italic weglassen, weil der Browser auf Basis des regulären Schnittes dann das simuliert. Das nennt sich sogenanntes Faux-Fet oder Faux-Italic. Ja, unter echten Typografen ist das natürlich verpönt. Also es könnte passieren, dass eure CI-Abteilung durchdreht, aber das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Hier in dem Beispiel sieht man natürlich, dass im Prinzip der Faux-Italic ist einfach der normale Schriftsatz und der wird einfach nur schräg gestellt. Ja, ein sehr guter Typograf, der würde hier in dem Beispiel an dem F unten noch ein Schwänzchen dran setzen, auch das N ein bisschen enger setzen. Das sind so die Feinheiten der Mikrotypografie. Aber hier kann man eben ganz extrem Daten sparen. Wenn wir uns mal im Extremfall anschauen, ein via Google Fonts eingebundenes Beispiel braucht hier vier DNS-Requests, 30 HTTP-Requests eben für die ganzen Schnitte und insgesamt 300 Kilobyte an Daten. Das macht im Endeffekt mindestens eine halbe Sekunde Ladezeit aus, wenn nicht sogar mehr. Und auf der anderen Seite, wenn wir den eben selbst hosten und auch noch reduzieren, brauchen wir gar keinen DNS-Request, nur einen HTTP-Request und kommen mit 20 Kilobyte an Daten raus. Ja, nach dem Smart Font Reducing habe ich noch was Smartes mit dabei, nämlich das Smart Preloading. Also das schlaue Vorladen von Inhalten. So etwas Ähnliches kennt man schon beim Thema AMP. Wenn wir uns beispielsweise das Suchergebnis zu SEO-Tutorial anschauen, fällt euch vielleicht auf, dass auf Platz 1 hier ein kleiner Blitz als AMP-Symbol dargestellt wird. Und das bedeutet, dass die Seite dem AMP-Standard entspricht. Das ist das sogenannte Accelerated Mobile Pages. Und Google es ermöglicht, aus dem eigenen Cache die Seite, während der Nutzer schon noch auf der Suchergebnisseite ist, schon im Hintergrund die Seite reinzuladen. Und in dem Moment, wo ich dann mit der Maus oder mit dem dicken Finger auf dem Smartphone sozusagen auf Platz 1 klicke, liegt die Seite schon fertig geladen und fertig gerendert vor. Und Google muss sie nur noch ganz schnell austauschen. Und dadurch entsteht eben eine wahnsinnig schnelle, responsive Erfahrung für den Nutzer. Das geht auf Google leider nur mit AMP. Aber dieses Prinzip können wir auch für die eigene Webseite nutzen. Wenn wir zum Beispiel auf der Startseite hier vier Newsblöcke haben, dann könnten wir doch theoretisch schon vorladen, was der Nutzer als nächstes anklickt. Bei vier wäre es natürlich noch möglich, aber ja, wenn ihr jetzt dann irgendwie bei sowas wie der Spiegel als SEO beschäftigt seid und habt hunderte, wenn nicht sogar tausende von möglichen nächsten Links, dann brauchen wir eine schlauere Lösung. Daher eben Smart Preloading. Wir können uns hier die Verzögerung zwischen Maus in, Maus down und Maus up nutzen. Also in dem Moment, in dem die Maus über einen Link fährt, können wir schon anfangen, die verlinkte Seite vorzuladen. Und auch beim Drücken der Maustaste haben wir immer noch Zeit, die Seite zu laden. Denn erst wenn ich die Maus loslasse, wechselt der Browser die Seite. Und die Zeit reicht auf den meisten Seiten aus, um die Unterseite tatsächlich vorauszuladen. Das heißt, in dem Moment, wo ich dann die Maus loslasse, wird die nächste Seite innerhalb einer Millisekunde angezeigt. Dafür gibt es einen schönen Universal Hover Preloader, den baut ihr einfach in die Webseite ein. Und eben beim Überfahren von jedem Link wird in der Millisekunde, bevor der Nutzer klickt, schon die Seite vorgeladen und der Seitenwechsel passiert dann sehr, sehr viel schneller. Ja, das war es soweit mit meinen Tipps. Wenn ihr mehr davon haben wollt und auch das ganze Thema Web Vitals wirklich verstehen wollt, meldet euch jetzt für mein Online-Seminar an, das noch in diesem Jahr startet. Und wenn ihr eine seriöse Agentur für eine langfristige Betreuung sucht, ja, ich kenne da eine, die sehr, sehr seriöse Agentur Eology aus dem schönen Volkach. Wir haben mittlerweile auch ein Office in Würzburg. Und hier auf diesem seriösen Foto waren wir auf einem 90er-Jahre-Team-Event im Freizeitpark Greiselwind. Das bin übrigens ich. Und das und das sind die beiden Geschäftsführer Axel und Daniel. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.